Hallo, wir sind die Familie Schachinger. Meine zwei Kinder wünschen sich einen Aufenthalt beim Sunny Bunny Club. Das ist eine Therme in Lutzmannsburg. Das hat an meine Kinder einmal schon sehr gut gefallen. Und die Mara wird sich das ganz toll wünschen. Hallo! Und die Daumen! Was sagst du? Deine Daumen, alle Daumen nach oben. Bitte und nicht gewinnen. Danke!